und willkommen zurück zu einer weiteren folge von donkey kong 64 ja wir haben zuletzt mit lanky uns ausgewählt bzw eingeloggt wieder hier wollen nein nein hätte ich das gewusst hätte ich schon gemacht okay das können wir gleich wieder starten aber das wird nichts mehr ich weiß gar nicht wie ich bei dem blitzen so lange dran saß und es wurde auch immer schneller glaube ich zum enden weil das fällen wir wir haben es geschafft die aufnahmen das werden wir ändern und was ich gesehen habe können bis zu 200 bananen das heißt es müssen acht level gehen ich glaube es gibt auch zu 8 level und das ist natürlich schon heftig wir müssen auch jedes level noch hat und ich gehe noch die ganze diese insel die bleibt ja nicht davon ausbestehen dass da ja auch noch bananen sind geschehen ich muss nicht hinbekommen ich will da noch rein ja ja reicht 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 mehr wollte ich nicht mehr will ich nicht von euch gab ist er noch hier ok ich glaube das ist der raum wo wir teilen die um waren und wo wir dann hingekommen sind aber jetzt ist donkey kommt endlich mal dran nein noch was rum jetzt freut er sich im moment jetzt will er wieder ist erleichtert und dann will er wieder oh wir können sie gerade passend aufgesprungen neues one wo bist du schädlicher ballon treffst du mich irgendwann trifft man auch wenn ich alle 100 stück noch verschließen würde ich würde treffen irgendwann so was haben wir denn jetzt hier zu tun das ist die aufgabe jetzt hier eins muss drei da oben zwei fünf ist unten sechs ist da ok sieben ist auf der anderen Seite ne ach das ist da ne ne zehn zehn elf elf zwölf oh das wird knapp es ist wie wahr zu knapp zu close es ist die 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 schneller knapp das wird diesmal auch nix oh na, das wird richtig knapp ok, wir können springen und drehen ok, um sie das nicht mehr zu machen, dann komme ich ein bisschen schneller voran ach komm na wie es rumgeschlittert aber immer so close so close schon angst, ey, dass es nichts wird aber so close eine Banana ha, beop 1,1, 2, 1 aber jetzt nicht die 1, 2, 2 anrufen das wäre nicht gut b map sind noch paar Bananen zu holen definitiv mit so einer zu Bronis an diesen komischen Wurst到wanda also das ist nicht also das war was mit die die münzen für mich sind gekauft gut würde ich sagen kann man da eh nix die die wenn ich schon einmal anders wenn er links will dann muss ich nach rechts tun können er in die ich weiß es nicht ich weiß es nicht eher die rollen donkeys keine ahnung ach hier ist blöd ok ah ein bisschen verzwickt wo wir alles lang kommen bla 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 ah ok das geräusch das kennen wir hier das ist die zentrale von den vom Gönisch hier von dem King K-Wall hier ist Tiny hier ist irgendwas für Donkey Kong ok ah hier ist eine kleine Rennstrecke das kann ich natürlich auch noch nicht ich glaube wir gehen erstmal zurück und schauen was mit Didi da hinten neu ist da ist eine Plattform Nummer 2 da ist eine Plattform Nummer 2 das ist wieder oben das ist Lenky ok da haben wir irgendwas mit Fässern dann gehe ich wie gesagt erstmal zurück ich schaue mir das an soja dafür kann da ja nicht mehr passieren jetzt schauen wir uns was dann auf der anderen Seite abgeht das war da lang glaube ich ne ja genau richtig ist da noch roter Ballon gewesen oder grüne Falsch Option hier ist ein grüner Ballon da haben wir schon 3 aktiviert wir haben schon 3 aktiviert das ist ah ok das ist Lilo das ist ah ah wo war eins nochmal das war hier sauber sie können schnell wechseln also äh Tiny Tiny sowieso mit allen gucken das hat die Dinger abgeben ich glaube das geht im ersten Level glaube ich am besten so und von da nach da also einmal schauen dass wir hier die ach da ist sogar ein Tauschding das irgendwann kriegt das deswegen ist das ja kein Problem für mich okay du 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 wo alle haben noch nicht die zeit ist noch eine neue option der finger hat natürlich was da kommt das haben wir schon mal soweit grün fehlt natürlich ganz viel natürlich klar ich mache mal kurz und würde sagen hoffentlich hat euch gefallen wir sehen uns bis zum nächsten mal